Trab Rennbahn München vor zwei Wochen. Für das Siegerpferd wird der Besitzer am Ende 750 Euro bekommen. Noch vor zehn Jahren war es doppelt so viel. Jedes Jahr gehen die Einnahmen für Veranstalter, Züchter und Aktive zurück. Denn auf den Rennbahnen wird immer weniger gewettet. Aber genau auf die Wetteinnahmen ist der Pferdesport dringend angewiesen. Und was hat jetzt der deutsche Pferdesport und die deutsche Pferdezug davon? Dass wir mit diesen Einnahmen unsere Anlagen unterhalten, dass wir Leistungsprüfungen anbieten, dass wir Rennpreise ausschütten, dass wir auch Züchterprämie ausschütten und das gesamte Leistungsprüfungswesen damit finanzieren. Wird bei Pferderennen gewettet, gehen rund ein Drittel der Einnahmen an Veranstalter und Pferdezüchter. Zwei Drittel an Wettgewinner. In Deutschland kann man nicht nur auf der Rennbahn wetten, sondern auch in Wettbüros und, inzwischen immer häufiger, im Internet. Experten schätzen den Gesamtmarkt für Pferdewetten in Deutschland auf rund 600 Millionen Euro Umsatz. Davon entfallen aber nur 60 Millionen auf Wettanbieter mit Sitz in Deutschland. Den größten Teil mit 540 Millionen, also 90 Prozent, setzen Internetfirmen um mit Sitz in den Steueroasen Gibraltar oder Malta. Internetanbieter wie die Firma Albers, aber auch andere bräuchten nach deutschem Recht eigentlich eine Wettlizenz in Deutschland, egal wo ihre Firma residiert. Internetfirmen bestreiten das, verweisen auf ihre Auslandslizenzen. Doch die bundesweit zuständige Behörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, will deutsches Recht umsetzen, hat alle Anbieter ultimativ aufgefordert, eine deutsche Lizenz zu beantragen. Wir haben bis heute erst eine Erlaubnis für Pferdewetten im Internet erteilt, weil erst ein Antragsteller alle Voraussetzungen erfüllt hat. Wir haben aber 14 anhängige Verfahren von Anbietern, die eine Erlaubnis beantragen und die auch, wo wir gerade prüfen, ob sie die Erlaubnisvoraussetzungen erfüllen. Nur WinRace aus Hamburg hat bisher eine deutsche Lizenz für Pferdewetten im Internet. Trotzdem bieten seit Jahren rund 20 Portale in Deutschland Pferdewetten im Netz an. Für Professor Rainer Wernsmann von der Universität Passau ist das illegal. Er hat mehrere Gutachten dazu verfasst. Grundsätzlich bedarf man einer Erlaubnis. Ohne Erlaubnis handelt es sich sogar um eine Straftat. Und wenn man gewerbsmäßig Glücksspiele anbietet, ohne die erforderliche Erlaubnis, wird das mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Damit wären solche Wettaktivitäten strafbar und 90 Prozent des Umsatzes bei Pferdewetten in Deutschland illegales Glücksspiel. Ist der Firmensitz in Malta oder Gibraltar, zahlen sie außerdem nur ganz wenig Steuern. Solche Firmenkonstruktionen seien nichts als Trickserei, berichtet uns der ehemalige Manager einer großen deutschen Wettbüro-Kette. Er will anonym bleiben. Die Wettfirmen werden doch nur pro forma auf Malta oder in Gibraltar gegründet. So gaukelt man den Behörden vor, die Wetten gingen allesamt ins Ausland. Und hier würden gar keine Umsätze gemacht. In Wirklichkeit gibt es Standleitungen aus Deutschland. Die Wetten, die etwa in Düsseldorf angenommen werden, schickt man über Leitung nach Malta. Dann sieht es nach außen so aus, als wäre das ein reines Malta-Geschäft gewesen. Der Marktführer Ray Spetz hat keine deutsche Zulassung und seine Firmenadresse in der Steueroase Malta. Ausgerechnet an diesem Wettanbieter ist der deutsche Galopperverband mit 40 Prozent beteiligt, was den Galoppsport in Erklärungsnot bringt. Der Rennsport hat jahrelang dazugeschaut und hat gesehen, dass seine Umsätze zu Fremden gehen, die daraus hin Gewinne ziehen. Dann war es eigentlich eine Notmaßnahme zu sagen, bevor es denn die anderen bekommen, tun wir das Gleiche, legale Gewerbe, aber sehen zu, dass die Erträge daraus wieder in den Rennsport zurückkommen. Eine mehr als fragwürdige Ausrede für einen Verband, der sich am illegalen Treiben eines Wettanbieters beteiligt, sagen Experten. Ich halte das für dummes Zeug, um es ganz deutlich zu sagen. Es gibt so etwas nicht. Also mir ist im Recht nicht etwas bekannt, dass eine Notmaßnahme oder so, das gibt es nun einerseits begrifflich nicht, aber andererseits trägt es meines Erachtens auch hier nicht. Wenn ein Anbieter keine Lizenz hat, dann verhält er sich hier illegal am deutschen Markt. Dann ist das einerseits zu unterbinden, zweitens strafrechtlich zu verfolgen. Und wenn dieses Verhalten entsprechend Unterstützung findet, indem man sich auch noch beteiligt an solchen, dann beteiligt man sich an diesen Straftaten, macht sich ebenfalls strafbar. Danach müssten die Behörden eigentlich gegen Wettanbieter wie RaceBets und andere Portale vorgehen. Tatsächlich schauen sie zu, wie Wetten im Internet illegal weiter angeboten werden. Das geht aus einer Antwort des hessischen Innenministeriums auf eine SPD-Anfrage im Landtag hervor. Dass das unerlaubte bzw. illegale Glücksspiel in Deutschland bis heute so gut wie gar nicht unterbunden wird, obwohl es in weiten Teilen möglich wäre. Selbstverständlich ist das ein Armutszeugnis. Das ist ja in anderen Kriminalitätsbereichen natürlich auch notwendig, dass in den Bereichen, in denen strafrechtliches Verhalten festgestellt wird, dass er entsprechend auch verfolgt wird. Das bedarf einerseits, brauchen wir dazu qualifiziertes Personal. Die Aufsichtsbehörden müssen andererseits entsprechend strukturiert und aufgestellt sein und die gesetzlichen Möglichkeiten müssen gegeben werden. Das muss alles entsprechend zusammenspielen. Das ist hier in diesem Fall nicht der Fall. Und so entgehen dem deutschen Fiskus vor allem durch die Internetwetten seit Jahren auch Millionen an Steuereinnahmen. Bernd Albers ist der Gründer des Deutschen Buchmacherverbandes. Mit Geschäftspartnern betreibt er Internetfirmen in Steueroasen ohne deutsche Lizenz. Trotzdem, so behauptet er uns gegenüber, zahle er ordnungsgemäß Steuern in Deutschland anders als seine Konkurrenten. Sie haben eine ganz unangenehme Konkurrenz von Mitbewerbern, die sich an nichts halten, die alles machen, was sie gerne möchten, die keine Steuern abführen. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage zur Behörde, ihr müsst es mal kontrollieren, dann sage ich, wir können den ja gar nicht kontrollieren, der hat ja keine Lizenz. Was wollen wir dazu kontrollieren? Tatenlose Behörden und gegenseitige Schuldzuweisungen der Wettanbieter. Wir drehen mit versteckter Kamera, wollen herausfinden, ob in den Wettbüros Buchmachersteuern erhoben werden. Wir setzen auf Pferde in verschiedenen Rennen im In- und Ausland. Unser Einsatz 48 mal 50 Cent, zusammen 24 Euro. Wir zahlen insgesamt 25,20 Euro, also 1,20 Euro davon an Steuern. Hier müssen wir 10,50 Euro bezahlen, 10 Euro Einsatz plus 50 Cent Steuer. Ergebnis unserer kleinen Stichprobe, die Steuer wurde bei allen Wetten kassiert. Aber wird die Steuer auch an den Fiskus weitergereicht? Wir fragen in allen 16 Länder Finanzministerien nach. Wie viel Buchmachersteuer wurde im vergangenen Jahr eingenommen? Die Antwort? 13 Länder haben gar kein Steueraufkommen. In Nordrhein-Westfalen sind es 79.000. In Bremen gerade mal 1.144 Euro. In ganz Deutschland sind also bei Pferderennen gerade mal 80.000 Euro an Buchmachersteuern angefallen. Wird hier Steuerhinterziehung im großen Stil betrieben? Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt nach Frontal 21 Recherchen inzwischen gegen mehrere Internetanbieter wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Ein Interview lehnt die Behörde mit Verweis auf das Steuergeheimnis ab. Für Josef Schachtner vom Trabrennverein Straubing kommen diese Ermittlungen spät, zu spät. Der Staat habe das Treiben der illegalen Wettanbieter zu lange nicht unterbunden. Man steht dem ganzen System etwas hilflos gegenüber. Man versucht auf verschieden Kanälen, dass endlich das Gesetz umgesetzt wird, das Recht und Gesetz eingehalten wird, dass Rückflüsse in den Sport sind. Und man verzweifelt schlicht und einfach, denn scheinbar haben im Moment die die Oberhand, die mit fragwürdigen illegalen Praktiken ihr Geld verdienen. Und so fließt das, was eigentlich für den Pferdesport gedacht war, in andere Taschen. Pferdewetten, ein Millionengeschäft ohne staatliche Kontrolle.